...definitiv ein Problem, auch die Verantwortlichen von Servet sind damit alles andere als glücklich. Servet, das nicht das Sagen hat, 20, natürlich 22 Jahren, ein wertvolles Mitglied dieser IBE-Mannschaft ist. Auf einen Super-League-Treffer und überhaupt auf seinen ersten Pflichtspiel-Treffer für Servet. Gognat, eine Position, die er jüngst natürlich auch aufgrund der ganzen Absenzen öfter und nicht so schlecht besetzt hat. ...Sörensen setzt sich der... ...Undua... ...Ein Aussenverteidiger mit sehr viel Offensiv-Drang, Anthony Sautier. ...bringt sich immer wieder... ...Stefanowitsch, ein erstes Mal in Aktion. ...Gognat hat... ...wo, wie bereits bemerkt, Sasse und Ruye absolut gesetzt. ...und wir auch nicht eine durchschnittliche Anfangsphase in diesem Spiel. ...mit das Thema Leichtigkeit wieder gestreift werden. ...Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. ...Stefanowitsch. ...Undua kriegt den Ball nicht und so läuft der Ibe Conta, allerdings... ...Asterley alleine gegen drei, vier Verteidiger. ...Ziegt es nach oben, weil sie... ...nicht mindestens... ...der nächste Mal von Hüttrich, verlängert von Undua. ...Hab bislang... ...grossen Schaden abwenden können. ...und es selbst jetzt nach vorne... ...die ganzen Terrorverhältnisse, der strömende Regen, das sind alles Dinge, die... ...seiner Mannschaft nicht zu Pass kommen. Allzu viel zu sehen ist heute Abend. Aber wir wollen jetzt nicht schwarzmalen. Auch der Himmel über dem Statue Genève hat sich... ...die erste Halbzeit gegen Ende der ersten Halbzeit. Nächster Ball zur Mitte, Sörensen. Und der Abschluss am Tor vorbei von Undua. Ballverlust von Lotomba gegen Wüttrich. Undua. Ballverlust von Wüttrich. 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 ... dass das Lazarett um einen Arm vergrössert wurde. Fasnach erobert den Ball, kann ihn aber nicht behaupten. Stefanovic, Spielfrau, profitiert jetzt davon, dass er halt schon dort vorne steht, wenn der nächste Ball in Richtung Spitze kommt. Tazza. Günterich, irgendwo zieht, und das 1 zu 0. Dass sich diese Führung verdient hat, das 2 zu 0, ein gar üppiger Lohn. Tazza. Und der nächste Schuss. Sörensen als hinterster Mann vor Key. Lothomba. Gamalö, auf rechts. Kommt tatsächlich an, Undua vorbei. Sörensen, oh, Frick-Kartonja, mit dem Außenriss. Und wieder ein guter Ball zum Hintergrund. Rheinland. 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 Aus. Super League bei Xamax im Frühling. Spielmann, konnte bislang nichts über Umwege vor die Füsse gefallen ist, aber sie haben die Situation, die Gefahr provoziert. Sie haben Varoldtasar, der erste Super League Doppelpack also des Varoldtasar, der erste Super League Doppelpack also des Varoldtasar. Drei Minuten werden nachgespielt, ein Schaulaufen, Nalves, Spiel läuft weiter. Das war's. 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 Das war's.